Wir versagen jedes Mal. Und meine Englisch kennen das einfach mal unterirdisch. Und es blinkt blau. Und ich habe keinen Strike. Sag nochmal bitte. Also, G-L. Gespiegeltes C mit Punkt innen drin. J-L mit Strich nach unten. Ja. So ein komisches Dreieck mit drei Strichen raus unten im H. Und so ein Blitz quasi. So ein Zeusblitz mit zwei Strichen. Okay. Blitz. H. J-L. C. Gut. Max, was muss ich drücken? Bei Simon Says. Was blinkt? Ja, blau. Es enthält kein Vokal. Korrekt. Es blinkt blau-rot. Ähm. Gelb-blau. Blau-rot-rot. Also, gelb-blau-blau. Richtig? Genau. Es blinkt blau-rot-rot-grün. Gelb-blau-blau. Was muss ich drücken, wenn es grün blinkt? Grün. Sicher? Okay. Ja. Es ist falsch. Sehr gut, Max. Wir haben einen Strike. Nein, du hast zu spät gedrückt. Nein, habe ich nicht. Es ist blau-rot-rot-grün. Also, gelb. Jetzt ist... Max, bitte. Ich habe zwei Strikes jetzt. Was muss ich jetzt drücken? Ähm. Blau-rot-rot-grün. Blau-rot-rot-grün. Was muss ich drücken? Blau-rot-rot-gelb. Falsch. Du steins aber hier. Boah, Leute. Bitte. Max. Ey. Auch wenn nix Englischkenntnisse grottenscheiße sind. Ja, wenigstens kann ich mich noch... Oh Gott. Also, das, was ich mache, kann ich hier. Mann, Max. Egal. Wart euch wieder bereit. Ich habe wieder Zeit... Ich habe zweimal das mit den... Oh Gott. Ich habe nix... Ich habe vier Drähte. Zwei gelbe, ein weiß, ein blaues. Max, ich habe ein... Who's on first? Mein Wort ist... You. Y-O-U. Äh, zäh... Ja, warte. Äh, ähm... Okay, äh... Rechts, Mitte. Left. Nick, welches Kabel muss ich durchschneiden? Ähm... Sag doch mal die Farben. Zwei gelbe, ein weiß, ein blaues. Max, was sag an jetzt? Ähm... Cutte mal das erste Kabel. Richtig. Ich mache gleich weiter. Äh, ich habe Says. Also S-A-Y-S. Okay. Ähm... Was? Äh, unten rechts. U-R. Äh, U-R. Äh, da... Dann? Hab's. Ja, Dann war gleich da. Wir haben... They are. Ähm... They are. Ähm... 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 Links, Mitte. U-R. Wieder. Ähm... Warte mal, was? Was? They... They are? They are. Links, Mitte ist gesucht. Es ist U-R wieder. Also, U-R. Äh, dann... Warte. U-R. 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 Ja, es ist... Ist egal. Dann? Ja, tut mir leid. Es hat er nicht gesagt. Jetzt habe ich das falsch Schritt. Ich habe... Okay. Das werden wir wieder nicht schaffen. Äh, oben rechts. Was? Lass mich mal machen, Max. What? Ähm... What, 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 äh... Fuck, jetzt finde ich es natürlich... Ah, hier. Äh, you. Nein. Your. Your. Nein. U. Dein. Nein. Warte, äh... Ja, äh, U-H-H. Nein. U-H-U-H. Nein, habe ich nicht. Äh, like. Nein. U-R. Jetzt. U-H-U-H. Äh, H-U-H. Nein. Warte, mit Fragezeichen oder Schuhe. Ist alles nicht mit dabei. Ich krieg die Krise. Warte mal. Ist es U mit R-E oder U mit... Oder U mit... Y mit... Ey, Y... Wir haben es... Leute, wir haben es eh verkackt. Ich kann es baden. 20 Sekunden, du hast eins geschafft. Oh, ich hasse das. Alter, ganz... Erstens, das Spiel ist scheiße. Und zweitens, warum ist das nicht mit dabei? Dann habe ich mich irgendwie verklickt oder es falsch gesagt. Komm, jetzt noch. Max, du musst mir... Weißt du, das Problem ist, wenn Max aufnimmt, dann ist er so übelst du gechillt dran. Egal. Ich habe ein Simon Sess und die Paneele und ein Labyrinth. Nick an das Labyrinth. Mach dich bereit. Meine Teile sind bei 3, 3 und bei 4, 6. Warte, warte, warte. Warte, die Seite hat sich kurz aufgehangen. Warte, warte, warte. Arsch, Alter. Diesmal schaffen wir es. Bist du soweit? Nochmal. Ich habe meine Scheiße bei... Bei 3, 3, bei 4, 6. Ich muss zu 2, 2 und bin bei 2, 5. Max, zu den Symbolen. Ich habe einen ausgemalten schwarzen Stern, ein B mit einem Strich, ein C mit einem Punkt in der Mitte und das Paragraph-Zeichen. Warte, warte, warte. Ähm, okay, du hast den ausgemalten Stern, ein B, ein Paragraph-Zeichen, was noch? Und ein C mit einem Punkt in der Mitte. Ähm, dann B, C, Paragraph, Stern. Korrekt. Ich habe eins... Okay, Nick, leite mich kurz. Ähm, leg es dann ganz nach unten, rechts und eins nach oben. Nein, 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 nein. Wenn ich... Nick, du bist beim Falschen... Wenn ich jetzt nach unten gehe, kriege ich einen Strike. Ich bin bei 2, 5. Ich bin bei 3, 5. Achso, 3, 5. Äh, na dann... Dann musst du... 2 links. 2 links ganz runter. Ja. Eins rechts und eins nach oben. Habe ich geschafft. Wir haben noch eins Simon Sess, Leute. Kommt jetzt, Konzentration. Die Seriennummer enthält 2 Vokale. Ich habe einen Strike. Es blinkt gelb. Ähm... Rot. Es blinkt jetzt wieder gelb. Gelb, gelb. Also zweimal rot. Es blinkt... Gelb, gelb... Alter, dreimal gelb. Okay. Wir haben es geschafft. Ich fass nicht. Wir haben es geschafft. Yes. Yes. Fuck yes. Endlich, ey. Oh. Oh. Geil. Keine Presse. Nach 7 Versuchen. Alter, das sollte ich ja nicht sagen. Alter. Oh. Geil. Könntest du jetzt mal aufhören, deine Freundin durchzunehmen, Max? Okay, Leute. Es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Er hielt ein Message. Jetzt geht es mit dem Morse-System wahrscheinlich nicht los. Seid ihr bereit? Ich habe geklatscht, aber egal. Informationen können aufhören, in eine Weise, die Zeit konsumiert sind, um zu decoden. In der Welt der Bombe-Defusion, das ist ein schlechtes Ding. Ready? Set? Go. Das heißt, dass jetzt wahrscheinlich mit Morse-Scheiße ankommen wird. Ach du Kacke. Geh schon mal runter. Okay, ich habe einmal Mor- Ich habe Labyrinth. Ne, ich habe- Ich habe Who's on first. Und ich habe, Max, ich habe drei Drähte. Ich habe einen roten, einen gelben, einen weißen. Okay, jetzt für dich. Achtung, ne, pass auf. Okay, jetzt, jetzt, los. Ähm, ist das letzte Korb in weiß? Kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Ich denke, bist du bei Who's on first? Kurz, kurz, kurz. Kurz, 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 kurz. Kurz. Kurz, kurz, lang, kurz. Ach du Scheiße, das kann ich gar nicht. Ach du Scheiße. Alter, was willst denn du jetzt? Morse-Alphabet, egal. Von mir aus, Who's on first? Wir können es machen. Ich habe einmal, ich habe Read. R-E-E-D. Max, welches Kabel muss ich cutten? Ähm, hast, ist das, ist dein letztes Korb in weiß? Ja. Okay, dann das letzte. Korrekt. Who's on first? R-E-E-D. Unten links? Joa, ja, Y-O-U-R. Ohne Apostroph. Äh, warte. Y-O-U-R. Ähm. Ja. U-H-U-H? Äh, U-H-U-H habe ich, ja. Warte. Es ist jetzt Y-U-U-Apostroph-R-E. Äh, Mitte rechts? Hold. H-O-L-D, oder was? H-O-L-D. Äh, U-R? Habe ich. U, okay. Habe ich, habe ich schon. Okay, und noch? U-R. Äh. Ohne Apostroph. Y-O-U-Lehrzeichen A-R-E. Äh. Äh, unten rechts? Yes. Äh. Fuck. Lasst ihr ruhig ein bisschen mehr Zeit beim Vorlesen. Äh, ich find's gerade nicht. Loh. Oh, mein Wecker. Oh, warte. Oh, oh. Oh fuck. Mein Wecker, mein Wecker, mein Wecker, mein Wecker. Mein Wecker klingelt. Im Spiel. Im Spiel klingelt gerade ein Wecker. Okay, U-R. Los geht's. Wir hatten Yes. Okay. Nein. Right. Warte. Nein. Nein. Mittel. Habe ich. Okay, jetzt kommt's zum Morse-Scheiß. Bitte mitgucken. Warte, jetzt. Kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz, lang. Nee, kurz, 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 kurz. Kurz, lang. Kurz, lang. Lang, kurz. Ja, das geht nicht langsamer. Es geht nicht. Der macht jetzt das eine Wort die ganze Zeit durch. Kurz, 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 kurz. Kurz, 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 kurz. Kurz. Kurz, kurz, kurz. Ach, scheiße. Nee, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Äh, kurz, kurz, lang. Kurz. Ach, du Scheiße. Es sind fünf Buchstaben, die der immer morse. Also, die ersten vier sind kurz, kurz, kurz. Dann kurz, 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 kurz. Kurz. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, 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 kurz. Nee, am Anfang dreimal kurz und dann viermal kurz. Welche Buchstaben sind das? Da musst du gucken jetzt. Das ist S und H, aber da gibt es kein Wort davon. Guck weiter. Äh, S und H muss es aber sein. Vielleicht Shell? Gibt es das? Ah, Shell. Ja, Shell. Frequenz. Frequenz. Ähm, 3.505. 3.505. Ja. Geschafft. Wunder. Oh. Bombe fertig oder wunder? Bombe fertig. 5 Minuten, 3 Module. Aber es war halt das komplizierter mit dem, äh, Messaging hier. Alter. Aber jetzt verstehe ich das erstmal. Jetzt verstehe ich das. Mausen kriege ich hingepäder. Das kann ich. Gut. Sehr gut. Okay, Leute. Es läuft richtig in dem Part, Alter. Ich glaube, wir schrapazieren hier. Something's different. Do these... Ach, du Scheiße. Nick? Kommt das nächste dazu? Jetzt kommt die komplizierten Drähte. Die komplizierten, die ich dir vorhin genannt habe. Scheiße, aber da hab ich noch nicht durchgeblickt. Dann guck ganz... Pass auf, Nick. Ich sag dir immer die Eigenschaften an. Die Dinger können entweder rot oder gelb sein. Dann guckst du dort nach, in welchem Kreis die dort liegen. Dann sag ich dir noch, ob die Licht haben oder nicht. Und ob die einen Stern haben oder nicht. Dann hast du die vier Sachen. Und was dann in diesem Kreis drinnen liegt, der Buchstabe, dann sagst du mir, ob ich den cutten soll. Wir haben Zeit. Du hast das jetzt innerhalb von 5 Sekunden gesagt. Kannst du das bitte nochmal in 10 Sekunden sagen? Alles klar. Also, pass auf. Du wirst jetzt gleich Folgendes haben. Ich werde dir Drähte ansagen, ja? Zum Beispiel mit den Eigenschaften rot. Guck nach, wo der Kreis ist für rot. Hast du ihn vor deinen Augen gerade? Warte, 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 warte. Ein Kreis für... Bicke nicht durch. Wo steht hier was mit dem Kreis für rot? Das steht da oben drüber in der Legende. Oh Gott, Leute. Passt auf. Hier ist kurzer Aufnahmestopp. Wir fitzen uns kurz mal rein. Wir sind gleich wieder zurück.